einen crazy tag wünsche euch herzlich willkommen zu dritten vierten das ist jetzt vierten platzierungs match warte mal 1 2 doch vierten vierte platzierungs match mit lukas dieser anfang zu gut okay ne bastion und dann machen wir am affen schade was macht er jetzt ich glaube ich spiele lieber mal ein lucio damit wir das hinkriegen ja das team gefällt mir wie es aufgebaut ist 222 sieht schon mal sehr gut aus schon mal die halbe miete hoffen ich halte mir jetzt wirklich an der durchgang hier weg und nicht schon davor ja ich gehe hoch wie high ground ist a und o ich baller die mit meiner pistole weg ich habe die stärkste auf dem ganzen spiel ja da kam es ja ich habe mich gerade auch war ein bisschen brainer gehabt mich um meine bus verbindung gekümmert ok oh 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 kannst du kurz heilen sehr schön da kommen sie wieder wieder unten lang ja mit einem reinhard aber mail hat die gut abgewertet ich habe die eiswand gesetzt aber reinhard fahrt weiter geschildet und das war noch hinterher ist dann so dass man das schild daumen konnte ohne befeuert zu werden irgendjemand ist auf dem punkt ja folgt mal unserem winston ah winston fang keine gute idee hier ist ein soldier komm her waaah danke guck mal doch bin ich auf dem punkt was wo ah 2 ultis gg bin tot ich habe versucht gegen zu holten ja kam leider ja mei sehr schön jetzt kommt doch die deck wer mei mei oh ich sehe auch warum vorsicht wer hat seine ulti oh boah ich merke fack 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 ja genji du das genji ist einfach ein blödes arschloch ja unsere tanks bleiben einfach hinten fett hallo wie steht tempo ja der punkt ist weg oder ne noch nicht da ist ne mei ulti drauf ah das ist gut boah genji hat ulti und ja genjis ulti ist einfach kacke für mich egal wo ich mich hinsehe das hat sofort auf da ne ja aber wir haben noch kontern können sehr schön ich habe wieder ulti mein ulti mit wär soweit los geht noch 60 sekunden das ist vielleicht eine solch dumme runde für mich ne ey der soll zurückkommen ja geht kein roti geht kein roti oh nice nice Das ist nice Ja, irgendwann müssen wir auch mal einsetzen, ne? Die groupen sich für den letzten Push Wir werden ja schaffen die einfach noch vom Punkt fernzuhalten Das ist ja schon vollkommen genug Ein bisschen knappe Ja Ja Alter, ja am Ende waren wir halt noch mal relativ gut, ne? Ja Punkt der Stand Wuh Zu null Seitenwechsel Jetzt ein schönen Angriff, Geist Wenn wir das nicht schaffen, wäre das schon richtig schlecht Wählen sie ihren Helden Kein Neubi Ich dampf ja jetzt wieder, ne? Mhm Und im Stream ist es ja erlaubt zu dampfen Und früher auf YouTube anscheinend nicht Und dann hatte ich die Facecam an Und hab ne ganze Folge ruhig gedampft Und dann wurde die gesperrt oder einmal Nur am Ende, weil ich's voll vergessen hab Hab ich gezogen und heute das Video auch gesperrt Ja Ja, ja Du hast viele leicht zu beeinflussende Zuschauer Das musst du ja immer Boris machen Ja Mir egal Mal Medics, I'm gonna play tank mit Wer ist das? Okay Ich bleib mal mehr bei der Mei hängen, ne? Ähm Okay Dann mach ich den Äh Ne, anders wäre das eigentlich besser, wenn ich bei der Meible Wo du den Rast machst, weil du auch eh nicht hast Ja Wir müssen eh alle zusammenbleiben Haha, daraus wird eh nix Ja 20 Uhr heute, wann bist du bei Jan? Ungefähr? 20 Uhr 20 Uhr Okay Ich komm halt erst um 19 Uhr im Bahnhof an und dann nochmal nach Hause und so weisse Okay Okay, die haben ne Widow Ah ja Ich bin beim Fieber Pfff Ey auf, das geht Pfff Pff Pfff Pfff Gegnerisches Geschick Pfff Ich nehme auf nem Torbion Geh'n du da Pfff Pfff Ich bin bei der Zeit nicht wach Pfff 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 Scheiße, das Geschütz hat mich bekommen. Nee, gar nicht. Oder? Ja, beides. Torbjörn und das Geschütz. Ah, Rotog, f*** dich. Oh, Lautrotog hab ich nicht gekillt. Aber die Panzer mit seinem Spreufall. Ach, scheiße. Wie wer bist du mit deiner Ulti? Ähm, 93% brauche ich aber nicht. Nettes Match, Nettes Match. Ja. So. Ich hab nicht einmal meine Ulti eingesetzt, ne? Ich hab dich immer gesetzt. Oh. Oh, 29%. Gib ich mir den Like. Soll ich auch machen. Hast gut gehealt. Oh, danke. Ich find, Heiler haben's am meisten verdient. Wenn sie gut sind. Ja, wenn sie gut sind. Ja, wenn sie gut sind. Ah, Levelabschiffe. Lose win. Lose win. Lose win. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bleib crazy. Und tschüss. Bis dann. Bis dann.